Untertauchen als Elite-Soldat. Der kommt wieder hoch. Oh, guck mal hier. Hier. Ich hätte ihm jetzt theoretisch eine Kugel verpassen können. Nein, nicht witzig. Unsere Anfänger haben keine Angst, um idiotische Behörden zu leisten. Stratberg wurde in eine Position der Macht gegeben. Ich könnte ihm hier einfach eine Kugel drücken. Ich hätte ihm hier einfach eine Kugel drücken können. Ich hoffe mal, dass ich das auch mal woanders kann. Nee, hier ist scheiße. Ahem. 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 Ja. Okay. Oh Gott, der wird doch gleich rauskommen, oder? Oh Gott, da steht noch einer, der mich erkennen könnte. Okay, bis jetzt ist das Treppenhaus hier. AGI. Die beste Möglichkeit. Ich rede so wenig, weil ich mich so konzentriere, um hier möglichst wenige Fehler zu machen. Okay, der steht da vor. Okay, der steht da vor. Da kommt man nicht rein, soweit ich das beurteilen kann. Ich bin immer noch für Treppenhaus. Ich scheint bisher die beste Möglichkeit zu sein. Treppenhaus und dann irgendwo verstecken, weil die werden mich wahrscheinlich suchen. Geht der hier runter? Jetzt könnte die Möglichkeit gekommen sein. Das war scheiße. Warum habe ich vorher nicht gespeichert? Ach Gott, ich bin noch nicht mal hier drin. Das ist gar nicht gut. Ich hätte mal speichern sollen irgendwann. Na gut. Dann ist das so. Ich bin gar nicht da. Ich glaube, die sehen mich trotzdem, oder? Ach, Ficken. Ach Gott, ey. Warum habe ich nicht gespeichert? Und warum habe ich daneben geschossen? Guck weg. Hi, oh, bye. Ich muss unbedingt immer von hinten überfallen. Von vorne gibt er eben dem Lehrer nur einen Schlag in den Kopf. Okay. So, nimm ihn. Und pack ihn weg. So. Machen wir das Ganze mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Na, grüß dir. So. Moin. So. Moin. So. So. Äh, durchklettern. Ja. Jetzt schon. Ne, der guckt gerade her, wa? Ne, der guckt gerade her, wa? Deswegen mal kurz warten. Jetzt geht er weg. Warte. Warte. Auf zu Crouchen, we dude. So, wieder hoch hier. So, jetzt steht er hier wieder. Ist am Telefonieren. Ach kacke, der kommt gerade, ne? Mist. Warte kurz. So, damit ich's zurückf... So, damit ich's zurückf... Dude, du bist wirklich in meinem Gesicht jetzt. Ja. Ist doch gut. Aber wenn der jetzt gehen würde, es wäre göttlich. Ich kann ja schon mal speichern. Jo. Geh. Weg. Jetzt kommt der da wieder hoch. Wäre der perfekte Moment gewesen, verdammt. Ich weiß ja, dass der hier auch durchgeht. Vielleicht wenn ich mich hier auf die Lauer lege, bis der wieder hier ist. Und dann abknall. Habe ich die Münzen wieder aufgehoben? Ich habe noch eine. Uff. Okay. So, jetzt ist er gerade da hinten. Oh Gott, der steht dann hier vor. Kann man außerhalb von nem Schrank schießen? Nee, kann ich leider nicht. Doch hinten ist er. Okay, ich speichere jetzt nochmal. Ja. Target down. Move on to Klaus Strandberg. Einfach weg. Okay. Hier bin ich irgendwo reingekommen. Okay. Schnell weg. Einfach weg. Aha. Ah. Lüß dich. Äh. Verkleiden, bitte. Okay. Gut. Heißt auf deutsch wir brauchen eine neue Geschichte um irgendwo hinzukommen. Okay, ich könnte hier locker rüber. Wie komme ich hier rein? Ein bisschen hier so in der Gegend umherlaufen. Mach mich mal vorbei. Durch die... Wasserkanal? Ne. Okay. Da sind Sonnetypen. Kann es sein, dass ich mich sogar nochmal... ...herkleiden muss. Hier ist unbefugtes Gebiet. Das ist ja sehr schön. Okay. Hatte ich eigentlich zwischendurch mal wieder gespeichert? Nee, natürlich nicht. Fehlende Schlüsselkarte. Okay. Und rüber kann ich hier auch nicht, ne? Nee. Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Warte, ist das hier? Ach, Agenturpickup, jo. Was gibt es hier noch so? Koffer? Äh... Abgelegte Verkleidung. Ist da, genau. Und das Ziel ist hier. Hier gibt es die Eingänge. Hier gibt es einen Eingang. Ebenen Null... Oh... Oh... Hier gibt es also noch einen Eingang. Okay. Und wäre da rein. Da hin. Dann hole ich mir die Kleidung mal wieder. Hau ich hier ab und hole mir die Kleidung wieder. Und dann mal gucken, ob ich... durch den anderen Eingang da hinten irgendwie... Alter, sind hier auch... Elikopter? Ja. Nee, hier muss ich nicht lang. What? Geh weg. So, hier links rein. Genau. Geh mal weg. Und da ist meine Verkleidung. Äh... Kann ich mich verkleiden? Alles schick. So... Nee, hier hinten durch, ne? Jo. So... Tag, schön. Immer nach einer Schlüsselkarte Ausschau halten. Guck das hier mal. Okay, hier liegen ein paar Münzen rum, oder was sind das hier? Mal, gib mal. Man kann nie genug Münzen haben, ne? So... Das ist er. So, und hier soll das dann irgendwo runtergehen. Hier. Jo. Bis dann. Da steht einer, der mich entdecken würde. In der Folge gehe ich hier außen rum, oder wat? So... Jetzt hier fix einmal rum. Hier. So. Nicht anders wird gemacht. Dann dürfte ich demnächst doch schon da sein. Sag die Uhr, 5 Uhr 11. Ja, moin. Also wortwörtlich. Noch wirklich schon früher, moin. So, geh mal weg hier. Stell ihn nicht immer mitten in den Weg. Junge. Okay. Da oben. Das ist doch sehr lustig. Bisschen umgucken. Was ist die Situation auf der Street-Level? Chanting. Flaggwaving. Chessbeating. Das übliche Sachen. Ein paar Steingriffe. Aber... Ah, die Protester... ...might all Kumbaya für jetzt. Aber, äh... Da hinten ist ne Treppe. General Zayden will sehen das. Als die Rioting startet, ich will deinem Platz voll funktionieren. Hör, das was in der News. Ist das, wie es wirklich ging? Der Prisontransport? Ja. Scheiße, ich hatte hier reingemuss. Was? Hier. Okay. Da ist wieder so ein Oberoffizierstyp. Ja. Ach. Ach. Also, du bist klar auf die emergency procedure? Ja. In caso eines Sicherheitsbrechts, ich schreibe die Manual alarm, die 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 Evacuation-Protokale verbaut hat. Es ist ziemlich, ziemlich, sehr. Okay. Das war Knie Engström. Bitte auf die Reception Desk. Bitte nach der Reception Desk. Drei. Okay. den könnte ich mir von hinten eventuell schnappen wo lasse ich den so oder so erstmal speichern ich könnte mir den schnappen aber was dann ob die hier runter gehen oder ob hier irgendwann mal einer hochkommt ich weiß das nicht schwer abzuschätzen denn und Bis zum nächsten Mal.